ja hallo zusammen zu einer neuen runde grimdorn und wir suchen jetzt den ausgang damit wir grimm hier rausbringen können was war das denn das jetzt nicht ganz ne leck mich doch am arsch das blöd das ist blöd ich glaube hier ist am schlauesten denn ich bin mir nicht ganz sicher gut die gegner müssen wir jetzt nicht noch mal alle weg prügeln aber es trotzdem blöd mit dem ganzen weg noch mal abrennen müssen wer hat mich denn da mal eben weg gepustet es kann auch nicht angehen naja gut im hintergrund läuft auf jeden fall der download jetzt von das tag das habe ich jetzt aktiviert hallo du liegst ja auch so rum hast auch nichts besonderes bei dir ja blöd gelaufen ich bin gerade etwas angepieselt das willst du machen weil das dumm war wieso ich jetzt hier gestorben bin weiß ich gar nicht könnte ich mir zwar im nachgang angucken würde aber jetzt auch nichts ändern vor allen dingen müssen jetzt wieder ganz hinmpfen die kriegen zurück das ist safe Das können wir mitnehmen. Wo führt denn das hin? Ich weiß es nicht. Na gut, dann weiß ich, wo wir sind. Hier haben wir vorhin den Brandmeister verabschiedet. Hm, da war jetzt ja mal viel dran. Gut, müssen wir nicht ganz so weit rennen. Ist auch ganz nett. Und diesmal müssen wir vorsichtiger sein. Na, da sind Gegner. Gucken wir da durch? Ey. Hallo Arschläger. Da sind wir verstorben. Also Vorsicht. Hallo. Ach, scheiße. Mann. Kannst du das mal lassen? Danke. So. Ne, wir wollen erst mal hier unsere EPs wiederholen. Wer hat mir denn da so wehgetan? Man weiß es nicht. Eben kurz weg. Arschläger. Hey, Burschis. Ein weg. Die machen ganz schön aua, die Burschen. Der jetzt mal weniger, aber die anderen haben gerade eben ganz schön aua gemacht. Ist hier Schicht im Schacht? Naja, da oben geht es weiter. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt die richtige Richtung ist oder nicht. Ich gehe erst mal einfach in die Richtung. Weil wir könnten auch nach oben. Wo höre ich es denn hier tappern? Auch wieder leer. Ja, toll. Dann gehen wir hier mal rüber. So. Ach, du lebst noch? Ne. Sah nur so aus, als ob. Kann man hier runter gehen. Da unten tappert doch noch ein Meer oder sogar. Ei, 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 ei. Mach doch nicht sowas. Echt jetzt meine ich. Das gibt's doch nicht. Ey, was ist denn hier los? So eine Scheiße, ey. Irgendwie bin ich gerade verpeilt. Keine Ahnung. Oder eben halt typische Vorgehensweise. Etwas übermütig. Beides möglich. Beides möglich. Auf jeden Fall bin ich dumm. Sonst wäre ich da jetzt nicht wieder gestorben. Knurr. Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. So. 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 Heute ist irgendwie so ein Sterbetag, ich weiß nicht wieso, ist aber so. So, da habe ich Schulterschmerzen, das ist nicht schön, also so nackenmäßig, ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlecht gelegen habe oder so, nachher auf jeden Fall erstmal ein heißes Bad nehmen, bevor es losgeht, nochmal ein bisschen in der Badewanne entspannen. Für mich ist ja so ein Bad echt immer was schwer Entspannendes. Ist zwar Geschmackssache, ich weiß durchaus, aber ich liebe das. So ein Stündchen in der Wanne liegen, irgendeinen Podcast dabei hören, finde ich sehr entspannt. So, dann gehen wir hier lang, da hoch, so, wo sind die Arschlöcher, da, ah, Aua, hör auf damit, so, Arschloch, so ein Penner, ey, naja, zumindest hat mich ein Boss gekillt und nicht irgend so ein armer Wicht, das macht es zwar nicht so viel besser, aber ein bisschen. Da sind aber auch teilweise einige Level überall von mir, muss ich jetzt auch mal so feststellen. Ja, wohin, ich gehe jetzt erstmal hier lang, das ist der kürzere Weg. Hey Freunde. So, das Rennen an der nächsten Folge ist auch fertig, da ist ein Ausgang, oder nicht? Ja, das ist der Ausgang, wir gehen jetzt nochmal hier rum. Ja, das sieht gut aus, ach, wir können uns nochmal eben die EPs abholen. Die hatte ich liegen lassen, nicht gut. Waren auch immerhin 6000. Haben oder nicht haben, lieber haben, da geht es nicht ab, oder? Doch, irgendwie, strange, ich dachte, hier wäre noch irgendwas, aber sieht nicht so aus. So, dann können wir hier mal wieder raus. Okay. In den Außenbereichen von Mimus. Hä, wieso ist da jetzt schon wieder... Ich verstehe schon wieder, ne? Hört ihr mal auf? Echt jetzt? Da ist ein Portal. Einsame Wache. Ach, was willst du denn? Willst du mir auf den Sack gehen? Außenbereiche von Mimus. Da müssen wir erstmal nochmal hin. Da haben wir aber noch Zweigfest. Ja gut, okay, ich ignoriere die jetzt erstmal. Ich glaube, da müssen wir hier mal weiter hin. Und auf einmal konnte der gute Ulgrim auch wieder alleine laufen, aber egal. Schnauze. 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 Also, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wie ist es hier? Da müssen wir wo hin? Na ja, gut. Schauen wir einfach mal. So, hallo, Freunde. Hä? Einsame Wache, wartet mal. Ja, da sind wir wohl scheinbar wichtig, auch wenn wir uns jetzt gerade irgendwie wegbewegen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wir laufen im Kreis. Na gut, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch, müsste heute sein. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.